Musik Herzlich willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu formen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu formen und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinen Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teil das Video mit eurer Freunde, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst du keine Videos mehr und kein Leistung mehr und heute vermehrt mal Maracuja, diese Pflanze da hinten, aus einer Frucht. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt schneiden wir die Frucht auf. Die Maracuja. Ja. So schaut die Frucht jetzt aus. Wir probieren. So. Jetzt nehmen wir mal die Samen hinaus. Der blöde Wind nervt mich. So. Es ist so kreut. Der Herbst ist da. Jetzt habe ich drei Samen mal aus dem Fruchtfleisch befreit. Jetzt haben wir die Maracuja Samen von Fruchtfleisch entfernt. Und jetzt haben wir die Maracuja. Und jetzt haben wir die Maracuja. Jetzt haben wir mal Erde hinein. So. Jetzt haben wir die Maracuja. auf die Erde verteilen. Nicht in der Mitte, sondern überall. So. Und jetzt dann mal mit der Erde bedecken. So. Jetzt dann mal angießen und dann noch Etikett hineinstellen, stecken, und dann in die Wärme stellen. So. Jetzt dann mal die Maracuja angießen und die Granadilla auch noch. So. Passt. Jetzt zeige ich noch an diese Maracuja Pflanze was besonders ist da ist eine Blüte da ist noch eine Blüte von der Maracuja und da kommen auch noch lauter Blüten. Schaut wunderschön aus. Tschüss Leute abonniert meinen Kanal Daumen hoch schaut in die Videobeschreibung schreibt mir gerne in die Kommentare schaut Kanal Info schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren teilt das Video mit eurer Freunde Familie bei Facebook bei Whatsapp auf Instagram auf Snapchat überall und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Playstream mehr bis zum nächsten Video der Gärtner Janus Moratti und viel Spaß zum Nach Machen Machen Untertitelung des ZDF, 2020